Genau, dann, ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe anwesende Teilnehmende, herzlich willkommen zur heutigen Diskussionsrunde zum europäischen Gesundheitsdatenraum. Der Titel der heutigen Veranstaltung ist, sind meine Gesundheitsdaten bald überall? Und ich freue mich erstmal sehr doll, dass so viele zugeschalten haben und heute hier sind und bin in freudiger Erwartung, dass wir heute einen sehr erkenntnisreichen Abend vor uns haben. Kurz zu mir, ich bin Anne Herperts, bin Vorsitzende der Piratenpartei Deutschland und heute Abend darf ich Sie und euch zusammen durchs Programm geleiten. Worum geht es heute? Kurz zusammengefasst. Am 4. Mai 2022 hat die EU-Kommission einen Verordnungsentwurf zur Schaffung eines europäischen Raums für Gesundheitsdaten vorgelegt. Der Vorschlag zielt vor allem darauf ab, die Gesundheitsdaten von PatientInnen europaweit zu vernetzen. Das heißt, dass letztlich Krankengeschichten, Testergebnisse, Rezepte und Ähnliches mit Krankenhäusern und Ärzten, die PatientInnen letztlich behandeln, auch ausgetauscht werden können. Und das natürlich EU-weit. Auch noch ein paar Sachen, auf die wir hoffentlich heute noch zu sprechen kommen. Dass auch Industrie, Forschung und Behörden Zugang zu personenbezogenen Gesundheitsdaten erhalten können. Was natürlich noch mal extra brisant ist, weil sie pseudonymisiert nur werden sollen. Wir wollen heute hoffentlich eine sehr schöne Diskussion haben, wo wir über die Herausforderungen und Risiken, aber auch verschiedene Anwendungsbereiche und auch über die Frage sprechen können, wie man überhaupt Awareness für dieses Thema bei den PatientInnen schafft. Genau, zum Ablauf kurz. Ich werde gleich noch unsere liebenswerterweise zugesagten Referenten vorstellen, Diskutanten vorstellen und freue mich nochmal außerordentlich, auch in der Piratenpartei, dass Sie, Herr Schaar, Herr Breyer und auch Herr Lang, heute zugesagt haben und heute Zeit gefunden haben. Frau Bärwanger hat es leider nicht geschafft, aber dankenswerterweise Herrn Lang gesendet, der ebenso ausgerüstet ist wie Frau Bärwanger. Genau. Wie geht es weiter danach? Im Anschluss gibt es jetzt erstmal eine Diskussion, wo ich mir viele Fragen ausgedacht habe, womit ich die ReferentInnen ein bisschen löchern möchte. Dabei geht es viel um den Entwurf der EU-Kommission zum europäischen Gesundheitsdatenraum, um Sicherheitsrisiken für die, wenn nicht sogar wirklich sensibelsten Daten, die man irgendwie von sich selbst haben kann, als auch um die Anwendung von Daten in der Forschung natürlich und wie wir auch irgendwie informationspolitisch mit den PatientInnen dementsprechend umgehen sollten. Nach der Diskussion hier im zweiten Teil dann öffnen wir den Raum für Fragen aus der Teilnehmerschaft. Also wenn Sie, liebe Gäste, Gästinnen, Fragen haben währenddessen, schreiben Sie sich den gerne auf, auf dem Laptop oder auf einen Zettel neben sich, damit Sie sich die merken können und dann können wir die im zweiten Teil hier auch einfließen lassen. Wie dann genau das Prozedere abläuft, werde ich dann natürlich, wenn es dazu kommt, nochmal genau erklären, damit das hier auch ein bisschen übersichtlich geht. So, um das Thema heute aus verschiedenen Perspektiven auch wirklich beleuchten und diskutieren zu können, haben wir unsere drei Referenten hier, die ich zunächst erstmal vorstellen möchte. Wir haben zum einen Peter Schaar, Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Er war Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit von 2003 bis 2013 und auch Vorsitzender der Schlichtungsstelle der Gesellschaft Gematik. Es gab noch so viele andere Titel und Mitgliedschaften, die ich hier hätte aufzählen können. Ich hoffe, das passt so. Außerdem ist Peter Schaar noch Autor des frisch veröffentlichten Buches Diagnose Digitaldesaster ist das Gesundheitswesen noch zu retten, was erst vor ein paar Tagen erschienen ist, wie ich herausgefunden habe. Danke, dass Sie heute hier sind und dann kommen wir. Ja, Hallöchen. Sagen Sie gerne Hallo. Patrick Breyer, unsere zweite Person heute, ist Europaabgeordneter von der Piratenpartei, ist seit 2019 im Europaparlament und ist dort Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, also im Liebeausschuss, als auch stellvertretendes Mitglied im Rechtsausschuss. Von 2012 bis 2017 war er schon Abgeordneter im Landtag in Schleswig-Holstein, ist Jurist vom Beruf und war schon mehrfach als digitaler Freiheitskämpfer natürlich an erfolgreichen Verfassungsbeschwerden beteiligt und hat vor Gericht schon viele Erfolge erzielt. Hallo Patrick Breyer und danke, dass du hier bist. Ja, hallo in die Runde. Schönen guten Abend. Dann haben wir noch Preeti Lang als dritte Person, ist Diplompsychologe und seit 2001 Referatsleiter für Fach- und Bildungspolitik im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Gesundheitspolitik und gesundheitliche Versorgung, Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz. Natürlich auch immer wichtig die Qualitätssicherung in der Diagnostik, berufsethische Richtlinien und fachliche Standards. Danke an dieser Stelle nochmal wirklich extra doll für das kurzfristige Einspringen für Frau Bärwanger. Das ist wirklich super nett, dass Sie das gleich möglich machen konnten. Und damit auch herzlich willkommen an Sie heute. Ja, hallo an alle. Ich hoffe, ich bringe gute Beiträge. Dessen bin ich mir sicher. Ja, dann, ich habe mir für den Anfang mal was Unkonventionelles überlegt, damit Sie, damit die Gäste, die hier anwesend sind und die Teilnehmenden, Sie vielleicht auch eine bisschen andere Art und Weise mal kennenlernen können, würde ich so als beginnenden Icebreaker eine kleine Einstiegsrunde machen, in der jeder von Ihnen dreien eine knappe Minute einen interessanten Fakt über sich selber erzählen kann. Eine Anekdote, irgendwas, was mal noch im Leben passiert ist, die man so vielleicht nicht offiziell im Netz findet. Das fände ich ganz spannend. Herr Schaar, wollen Sie vielleicht beginnen und einen interessanten Fakt mit uns teilen? Ja, als ich letztens beim Arzt war, hatte ich die Freude, Datenschutz in der Praxis zu erleben, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und erst mal wurden mir diverse Erklärungen vorgelegt, die ich durchlesen und unterschreiben musste, bevor überhaupt irgendetwas Medizinisches von mir abgefragt wurde, beziehungsweise eine Diagnose gestellt wurde. Das fand ich dann schon etwas lässig, zumal die Fragen, beziehungsweise die Daten, die dabei erhoben wurden, sich wiederholten. Also ich musste auf allen vier Bögen, die ich dort ausgefüllt habe, meinen Namen, Adresse, Datum und so weiter angeben. Und ich musste dann alles auch separat unterschreiben, inwieweit das tatsächlich erforderlich ist und ob man das nicht vielleicht etwas besser hinkriegen könnte. Das habe ich mich dabei schon gefragt. Und auf der anderen Seite wollte ich ja Hilfe haben und habe es dann auch brav alles ausgefüllt. Gut, das ist meine erste Story, die ich insofern einbringend stehe. Ja, sehr spannend und natürlich, ja, letzten Endes hat man wahrscheinlich dann wenig Wahl in ihrer Position gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber sehr spannend, danke fürs Teilen dieser Geschichte. Patrick Breyer, auch so eine interessante Geschichte. Mir ist das auch schon passiert, ich habe mir aber zum Glück eine andere Anekdote überlegt, nämlich, als ich Landtagsabgeordneter war, habe ich tatsächlich mir einigen Diskussionen und Kampf mit der Landtagsverwaltung darüber geliefert, ob es eigentlich erforderlich ist, dass die mein Geburtsdatum wissen wollten. Und habe dann auch, glaube ich, erfolgreich einige Zeit hinausgezögert, das denen angeben zu müssen. Am Ende haben sie es dann von irgendwo anders dann doch erfahren. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn man das jetzt vergleicht, um welche Datenmengen und Vorhaben wir jetzt hier in Europa kämpfen, da geht es doch um ein bisschen mehr als das eigene Geburtsdatum. Wohl wahr, wohl wahr. Okay, danke auch fürs Teilen an der Stelle. Herr Langen, haben Sie auch eine Datenanekdote oder vielleicht auch eine ganz andere? Ja, ich habe eine zweiteilige Geschichte an der Stelle. Also der erste Teil ist, mein Name ist ja Fredi, das war 1959 sehr ungewöhnlich. Und insofern muss ich dann als Jugendlicher, auch als Kind, allen immer erklären, dass ich nicht Manfred und nicht Alfred heiße. Insofern ein Datenteil, das damals sehr ungewöhnlich war und erklärungsbedürftig. Aber was ist das Lustige jetzt daran? Das Lustige daran ist, wie ich über Ihre Anfrage nachdachte, zu einem solchen Abend, wo es um Datenschutz geht, etwas zu erzählen in einem Video, das aufgenommen wird und das öffentlich ist, das noch nicht öffentlich ist, ist ja die Frage, sind Sie bereit, Ihre Daten herzugeben? Und zwar die, die noch keiner kennt. Und das fand ich sozusagen dann nicht nur auf der Treppe witzig, sondern schon vorher witzig. Ich dachte, das ist ja eine Nummer. Okay, das muss ich dann mal ansprechen. Sorry für den Einstieg, aber ja, das musste ich heute herzhaft lachen, wie mir das auffiel. Es ist ein Test, nehme ich an. Ich hatte im Vorfeld um die Einverständnisse, zumindest von Ihnen allen, gebeten. Ja, ist natürlich die Frage. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine mehr oder minder öffentliche Veranstaltung, wo alle Menschen auch zuschauen können. Sie können trotzdem noch im Nachhinein etwas daran äußern, dass es nicht veröffentlicht wird. Keine Sorge. Okay, witzige Anekdoten an der Stelle. Danke wirklich fürs Teilen. Ich fand, das war ein sehr witziger Einstieg mal, mal ein bisschen was anderes. Aber kommen wir zurück zum ernsthaften Teil. Wir veranstalten ja heute diesen Themenabend unter dem Titel Sind meine Gesundheitsdaten bald überall? Ist natürlich auch ein bisschen reißerisch formuliert, aber steckt vielleicht auch ein bisschen was drin. Und da schließt meine Frage eigentlich direkt ein. In einem relativ kurzen Statement. Ist das denn so? Sind unsere Gesundheitsdaten vielleicht bald überall? Ist das möglich? Steht das an? Ja, Herr Breyer, wollen Sie anfangen? Also, dass Sie überall sind, würde ich jetzt nicht sagen, aber dass Sie überall abrufbar werden. Zumindest, wenn ich nicht ausdrücklich widerspreche. Das ist tatsächlich so geplant im Grunde genommen. Das heißt, dass europaweit behandelnde Stellen quasi Zugriff haben könnten auf die Krankenakte ihrer Patientinnen und Patienten. Auch wenn zum Beispiel der Zahnarzt jetzt nicht unbedingt wissen muss, ob ich in Psychotherapie bin oder nicht. Oder ich auch ein berechtigtes Interesse daran haben kann, eine Zweitmeinung einzuholen, ohne dass der Erstbehandler das jetzt erfährt und vielleicht als Misstrauen interpretiert. Und genauso kann es sein, dass zumindest pseudonymisiert meine Daten dann auch für Forschungszwecke oder sogar für Behördenzwecke, Aufsichtszwecke abfließen. Obwohl ja eigentlich die Helsinki-Erklärung über Ethik auch in der Medizin ganz klar sagt, Forschung an Personen mit Personendaten nur mit deren Einwilligung. Also insofern finde ich das hochproblematisch, dass hier Informationen über körperliche, geistige Gesundheit, das kann Psychotherapie sein, das kann eine Suchttherapie sein oder Informationen über das Sexualleben, dass ich da nicht quasi gefragt werde, aktiv gefragt werde, vielleicht selbst aktiv werden muss. Und ob das wirklich zum Beispiel, wenn ich an meine Eltern denke oder Menschen, die sich nicht so gut auskennen, die vielleicht unsere Sprache gar nicht so gut sprechen, ob das für die praktikabel ist, das wage ich zu bezweifeln. Meine Sorge ist, dass wenn man sich nicht auf die Vertraulichkeit verlassen kann, dass man sich vielleicht nicht mehr behandeln lassen könnte. Ja, absolut valider Punkt. Sehen das die anderen auch so? Herr Langen, sehen Sie das ähnlich oder was haben Sie für ein Gefühl? Sind die Daten bald öffentlich? Ich hoffe meine noch nicht so bald. Das hängt aber dann eher davon ab, ob ich irgendwann mal eine chronische Erkrankung diagnostiziert bekomme. Das ist eigentlich der springende Punkt dabei. Ein Freund von mir hat eine, dem hat sein Facharzt gesagt, also wenn er die elektronische Patientenakte nicht in Gang setzt, dann kann er ihn nicht weiter behandeln. Weil natürlich oft sozusagen auch ein Disease-Management-Programm oder mehrere Fachärzte miteinander kooperieren. Und mit einem selektiven Datenmanagement könnte man das explizit bestimmen, wer das jetzt was sehen darf. Mit Opt-in oder Opt-out ist im Prinzip nur zu regeln, was alles offen ist erstmal, zumindest am Anfang. Wie dezidiert sozusagen das dann gehandhabt werden kann im Hinblick auf die Kenntnisse und Kompetenzen der Bürger oder ob das dann mehr in die Richtung geht. Na ja, dann unterschreibe ich es halt und ja, dann ist es halt so und dann kann man nichts dran ändern. Da habe ich sozusagen meine Bedenken. Also insofern würde ich Herrn Bayer zustimmen. Es wird flächendeckend wohl dazu kommen, dann, dass diese Daten abrufbar sind. Und die Folgen sind jetzt noch nicht so ganz absehbar. Wir haben ja, werden ja noch darüber reden. Aber eigentlich wäre eine etwas vorsichtigere Strategie aus unserer Perspektive angemessener. Ja, Herr Schaar, was sagen Sie dazu? Also ich finde es im Prinzip gut, dass ich, wenn ich mich im europäischen Ausland aufhalte und dort krank werde, wenn ich dort Medikamente brauche, im Prinzip unter denselben Bedingungen, wie ich im Inland behandelt werde, beziehungsweise auch die Medikamente dann mir verschreiben lassen kann und auch dann in der Apotheke dort vor Ort einlösen kann. Das wird das elektronische Rezept. Das zum Beispiel ist etwas, wo ich sagen würde, das ist grundsätzlich eine richtige Idee und es ist schwer nachvollziehbar, warum wir da sozusagen vollständig unterschiedliche nationale Systeme haben, die ein ganz unterschiedliches Schutzniveau haben. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass man hier ein gemeinsames Schutzniveau bekommt. Und da, denke ich, ist noch relativ viel Nacharbeit an dem Entwurf der Kommission erforderlich, gerade im Hinblick auf das Management der Daten. Das Thema ist ja hier auch schon angesprochen worden. Einwilligungsmanagement, sozusagen das möglichst auch verbraucherfreundlich, patientenfreundlich zu gestalten, dass ich also mit relativ einfachen Mitteln in verständlicher Weise in meiner anderen Sprache eine bestimmte Verfügung treffen kann, die dann auch bei der Handlung beachtet werden. Das finde ich ganz wichtig. Der zweite Aspekt ist, dass gerade bei der sogenannten Sekundärnutzung der Daten, das ist ja ein ganz entscheidendes Motiv der Europäischen Kommission, die Daten europaweit für Forschungszwecke verfügbar zu machen, überhaupt eine Einwirkungsmöglichkeit für die Patienten und Patientinnen eingeführt wird. Da ist bisher weder ein Opt-in an die Einwilligung vorgesehen, sondern ein Opt-out. Also das heißt, da geht es überhaupt um die Einwirkungsmöglichkeiten. Und ohne eine solche Verfügungsmöglichkeit der Betroffenen wird es überhaupt nicht gehen. Das ist sozusagen, glaube ich, ein ganz harter Punkt, den man hier durchsetzen muss. Und wo ich auch den Eindruck habe, dass man dafür viele Verbündete finden wird. Dieses völlige Außen-Acht-Lassen der Verfügungsmöglichkeiten der Patientinnen und Patienten sehe ich. Ja, absolut. Gehen wir noch einen Schritt wieder davor, weil wir jetzt schon ein bisschen zu weit gekommen sind. Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides nach dem European Health Data Space hat einen grundlegenden Umbruch im digitalen Wandel der Gesundheitsversorgung in der EU. Außerdem sagte sie, dass der Entwurf die BürgerInnen in den Mittelpunkt stellt und ihnen ermöglicht, die vollständige Kontrolle über ihre Daten zu haben, mit dem Ziel, eine bessere Gesundheitsversorgung in der gesamten EU zu erreichen. Würden Sie dieser Aussage tatsächlich in dieser Ausführung so zustimmen, dass die Menschen die vollständige Kontrolle über ihre Daten letzten Endes haben? Dann drehen wir einfach die Runde noch mal rum. Herr Schaar, würden Sie der Aussage zustimmen? So würde ich der Aussage nicht zustimmen. Richtig ist, dass der Entwurf ein Recht der Patientinnen und Patienten auch eine elektronische Akte einführt. Also das ist, insofern stimmt das schon, dass das Problem ist halt, inwieweit daraus eben auch eine Pflicht wird und inwieweit überhaupt transparent ist für mich, was mit diesen Daten geschieht. Und hier sind noch Zweifel, glaube ich, angebracht, und zwar erhebliche Zweifel, ob der Entwurf das so vorsieht. Aber auch im Hinblick auf die Datensicherheit und das hat ja mit dem Datenschutz sehr viel auch zu tun, zum Beispiel, dass nur Berechtigte auf die Daten zugreifen können. Da stellen sich viele Fragen. Wir haben ja in Deutschland eine bestimmte Vorstellung, zumindest wenn es die gesetzlich Versicherten gilt, ist das auch im Gesetz festgeschrieben, dass da eine eindeutige Identifizierung und Authentifizierung stattfindet. Da sind auch relativ hohe Hürden eingeführt worden, die verhindern sollen, dass jetzt Unberechtigte auf diese Daten zugreifen. Aber wie soll zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Spanien oder nach Frankreich reise, gewährleistet werden, dass die Stelle, die jetzt den Zugriff begehrt, von mir dazu beauftragt wurde und ich die Daten für diese Stelle auch freigegeben habe. Die elektronische Gesundheitskarte wird dort im Zweifel nicht funktionieren. Und auch andere Identifikationsmöglichkeiten, da stellt sich schon die Frage, inwieweit die verfügbar sind dort und inwieweit das deutsche System, das ja auch bisher noch eigentlich nur in Ansätzen funktioniert, die Telematik-Infra-System in der Lage ist, diese Informationen aus diesem ausländischen System sinnvoll zu verarbeiten und zu gewährleisten, dass ein gleichwertiges Schutzniveau, ein gleiches Schutzniveau, wie bei inländischen Transaktionen auch gegeben ist. Ja, also bei dem Punkt der vollständigen Kontrolle der Daten scheint es dann tatsächlich schwierig zu sein. Es haben sich auch schon viele, ja, ich würde mal sagen Zielkonflikte jetzt irgendwie schon aufgetan. Mich interessiert auch, wie Herr Lang das einschätzt. Hat man denn dann noch die vollständige Kontrolle über seine Daten ähnlich? Ich würde nicht, also vor allem, weil es mit dem Löschen vermutlich sehr schwierig wird, auch generell, es wurde ja schon angesprochen, Zugriff auf Forschungsdaten, unter welchen Bedingungen das dann stattfindet, hat man ja keine Kontrolle. Also grundsätzlich ist die Idee, sozusagen europäisch Digitalisierung voranzutreiben und das auch im Gesundheitssektor zu implementieren, ja nicht falsch. Aber das Top-Down und die Top-Down-Idee und dabei sozusagen nur die groben Linien zu setzen, die dann an den Strukturen kranken, also die nationalen Vorkehrungen, die, wie soll man sagen, das Zugriffsmanagement insgesamt müsste meines Erachtens erst mal auf nationaler Ebene ausreichend gesichert sein und dann ist auch der Transfer innereuropäisch sicherer. Also mir wird es ein bisschen mulmig, wenn ich so eine Sätze lese, dass es sozusagen um die Mobilisierung des Binnenmarkts geht und die Datenwirtschaft sozusagen zu ermöglichen. Da ist eigentlich der Fokus zu sehr auf sozusagen die wirtschaftliche Nutzung und zu wenig auf die Selbstbestimmung und das zieht sich meines Erachtens auch so ein bisschen durch den Entwurf durch, obwohl es irgendwie ja auch anders geplant oder behauptet wird. Da muss noch was nachgebessert werden. Einzelne Stellen wurden ja auch schon genannt. Okay, ich schließe aber den Rahmen ein bisschen um die Frage und richte sie an Patrick Breyer, der natürlich selber im EU-Parlament sitzt. Ich glaube, ob man den jetzigen Kommissionsvorschlag vollständig unterstützt, die Frage kann ich mir jetzt schon fast selber beantworten. Aber wenn eben nicht, was sind eigentlich die entscheidenden Stellen, wo da auch nachgebessert werden muss bei dem Entwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt? Was wären da so Ansatzpunkte? Tja, also zunächst mal kann ich das bestätigen, den Eindruck, den Herr Lang geschildert hat. Wenn man diesen Gesetzentwurf durchliest und als ich ihn das erste Mal gelesen habe, dachte ich, dass es echt irgendwie von der Industrie in die Feder diktiert, weil es dann nur um möglichst breite Verfügbarkeit und Zugreifbarkeit von möglichst vielen Daten geht, wenn man sich das durchliest. Natürlich kann es einen großen Vorteil sein, wenn grenzüberschreitend auch die behandelten Ärzte dann direkten Zugriff auf meine Gesundheitsdaten haben oder wenn ich meinetwegen meine Daten selbst anfordern kann, sicherlich. Aber im Grunde genommen, meines Erachtens muss das jeder selbst abwägen können gegen die Risiken, die damit verbunden sind. Denn im Grunde genommen ist ja mit dieser Verordnung so eine Art Zwangsdigitalisierung verbunden. Das heißt, unabhängig davon, ob ich den Zugriff einschränke oder meinetwegen widerspreche, müssen die Daten erstmal in digitalisierter Form gesammelt werden und quasi auch in dieses vernetzte System eingestellt werden, wo bisher eben oftmals solche Aufzeichnungen dezentral geführt werden und vielleicht entweder auf Papier oder auf Rechnern, die vielleicht gar nicht ans Internet angeschlossen sind. Und da wird dann teilweise gesagt, es ist ja viel sicherer, wenn das in so einem gesicherten Datenraum liegt, aber dieser europäische Gesundheitsdatenraum kommt ja hinzu zu der auch sonst praktizierenden Speicherung vor Ort. Das heißt, letzten Endes werden doch zusätzliche Risiken geschaffen, die daraus erwachsen, dass, wenn die Sicherheit von diesem neuen System nicht gewährleistet ist, wenn es da zu Hacks kommt oder ständig liest man von Ransomware-Vorfällen wenn es da nur eine undichte Stelle gibt, besteht tatsächlich die Gefahr, dass dann in großen Mengen Daten abfließen, also sehr viel mehr Daten, als wenn jetzt eine Arztpraxis da ihre Behandlungsunterlagen nicht datenschutzgerecht entsorgt. Und vor dem Hintergrund, wenn es darum geht, dem Patienten vollständige Kontrolle zu geben, müsste ich meines Erachtens erstens Kontrolle darüber haben, will ich überhaupt, dass meine Gesundheitsdaten in diese europäische Wolke da wandern. Zweitens möchte ich gefragt werden, welche behandelten Institutionen dann auch wirklich Zugriff darauf haben sollen, auf welche Informationen. Im Moment ist es ja auch so, dass mich mein Arzt fragt, wo hatten Sie sich schon mal behandeln lassen und darf ich da die Informationen anfordern? Das könnte man digital genauso machen. Und drittens, wie schon erwähnt wurde von Peter Schaar, wenn es um Forschung geht, wenn es um sogar Nutzung für behördliche Zwecke, ist auch vorgesehen, geht, da muss natürlich der Patient gefragt werden, wenn es um personenbezogene Daten geht. Ich würde sagen, wenn es um wirklich, wirklich anonymisierte Daten geht, und das geht nicht bei allen Arten von Daten, aber bei einigen geht das, wenn es um wirklich anonymisierte Informationen geht, dann denke ich, ist diese Einwilligung an der Stelle verzichtbar. Also ich denke mal, man sollte auch vielleicht noch mal einen Punkt unterstreichen, in der öffentlichen Debatte bisher keine oder kaum eine Rolle spielt. Das ist die vorgesehene Datenstruktur, die dort durch die Verordnung vorgegeben wird. Und auch die Struktur der Datenverarbeitung. Im Grunde genommen ist es ein mehr oder minder zentralisiertes Austauschsystem. Das heißt, in jedem Mitgliedstaat eine nationale Stelle eingerichtet werden, über die alle Daten, die aus anderen Staaten abgerufen werden, dann praktisch laufen müssen. Eine solche zentrale Stelle setzt natürlich voraus, dass dort ein umfassender Wissenswohl entsteht und eben dieser Zugriff auch möglich ist. Und wenn man jetzt an den Forschungsdatensatz denkt, dann hat das auch schon was von Vorratsdatenspeicherung, weil die Daten zwangsweise ohne Mitwirkung der Betroffenen, ohne dass dafür auch überhaupt irgendein Anlass besteht, in diesen für Forschungszwecke verfügbaren Datenpool hineinfließen müssen. Man könnte sich das auch ein Stück anders vorstellen. Man könnte sich es so vorstellen, dass, wenn ich zu einem Arzt in Frankreich gehe, dass genau sozusagen eine bilaterale Kommunikation stattfindet zwischen der Arztpraxis und der Stelle, bei der diese Daten gespeichert sind. Wobei eben auch in Deutschland dieser etwas eigenartige Weg gewählt wird, einer elektronischen Patientenakte, die nichts anderes ist als eine Kopie, eine digitale Kopie von Daten, die ohnehin digital an anderer Stelle, nämlich bei den Arztpraxen, in Krankenhäusern und bei anderen sogenannten Leistungserbringern, schon vorhanden sind. Also der Begriff der digitalen Akte ist schon mal ein Unding, das vielleicht irgendwann mal hinterfragt gehört und auch sich als zunehmend unpraktikabel erweist, weil ein unglaublicher Overhead einfach damit verbunden ist, dass man diese elektronische Akte azur halten muss. Das heißt, jedes Informationspuzzlechen, das an irgendeiner Stelle anfällt, muss zumindest, wenn man diese Verheißung dieser Gesundheitsakte ernst nimmt, in diese Gesundheitsakte aktuell einfließen. Das heißt, da werden unvorstellbare Datenmengen bewegt. Und das wird jetzt noch mal mit 26 Mal genommen, weil praktisch das dann europaweit zu geschehen hat. Da muss man sich vielleicht mal eine etwas innovativere Technologie ausdenken, die zumindest in Ansätzen heute auch schon verfügbar ist. Ich denke eher an elektronische Identifikationssysteme, Identitäten, über die ich selber auch dann ein Stück weit als Betroffener beschweren kann, auch insbesondere über deren Freigabe, die dann aber auch bilateral gegebenenfalls mit den Stellen, denen diese Daten dann vorhanden sind, also meinem Hausarzt, meinem Krankenhaus, wo ich vielleicht eine Operation hatte oder so, dann eben auch ausgetauscht werden müssen. Ohne dass jetzt praktisch das an diesen zentralen, über diese zentralen Stellen alles abgewickelt werden muss. Okay, dann daran anschließend, eine direkt kurze Rückfrage, also ist quasi, kann man so sagen, dass es einfach überhaupt nicht verantwortbar ist, das zentral zu machen? Oder gibt es da Grauzonen? Ich sage nicht, dass es verantwortbar ist, aber ich sage, dass der Aufwand, dort einen angemessenen Schutz zu schaffen und einem Mist vorzubeugen, sehr viel größer ist, weil eben ungeheure Datenmengen, das hat ja Patrick Bayer auch schon angesprochen, ungeheure Datenmengen letztlich verfügbar sein werden. Und die Schadenshöhe bei einer Schwachstelle in dem System, die Anzahl der Betroffenen, ist natürlich dann sehr, sehr viel größer. Und wir erleben das ja immer wieder, es hat auch in elektronischen Gesundheitssystemen, ich denke da an Norwegen, ja solche Fälle gegeben, wo in großem Umfang sensibelste Gehaltsdaten, und zwar in sehr, sehr großem Umfang abgeflossen sind. Und das muss man mitbedenken, wenn man jetzt ein so gewaltiges Projekt wie diesen europäischen Gesundheitsdatenraum in Angriff, und auch schon von daher denke ich, dass sich die Kommission da gar nicht unbedingt und den Mitgliedstaaten einen so großen Dienst erweist, weil das System so komplex sein wird, dass es wie in Deutschland sehr viel länger dauern wird, als geplant, bis das auch nur in Ansätzen realisiert ist. Da würde ich auch noch gerne was zu sagen. Und zwar finde ich, das muss ja auch immer mit dem Nutzen abgewogen werden. Das heißt, die Bereitstellung von Daten für die Forschung macht ja nur einen Sinn, wenn die Forschung daraus einen Nutzen ziehen kann. Jetzt kann man sagen, wenn die vollständig anonymisiert sind und wenn das dann so wäre, dann könnte man sagen, okay, guckt, was ihr findet. Aber ansonsten muss man sagen, dass die Datenstruktur, so wie sie jetzt da ist, gar nicht nutzbar ist für Forschungszwecke. Die haben nicht dieselbe Struktur. Man muss eine Fragestellung haben, man muss die Grundgesamtheit kennen, man muss die Selektivitätsmechanismen kennen. Es sei denn, man hat alle Daten, aber die wird man nie alle haben. Und von daher stellt sich aus meiner Sicht auch grundsätzlich die Frage, ob der Nutzen für die Forschungszwecke überhaupt abstrakt behauptet werden kann. Ich würde sagen, nein. Der kann nur konkret belegt werden. Und wenn man dann ins Detail guckt, findet man zum Beispiel, dass die Krankenhausdaten ja gar nicht in der Form vorliegen, dass sie verarbeitet werden können. Und Sie haben es ja schon angesprochen, die EPA müsste ja dann auch, da müssen ja alle Einzelheiten verwendet werden. Das könnte, glaube ich, nur eine starke KI noch leisten, diese Daten so zu sortieren, dass man die überhaupt noch mal kategorisiert verarbeiten kann zu Forschungszwecken. Also an der Stelle, finde ich, wird abstrakt ein Nutzen behauptet, der von der Struktur so gar nicht gewährleistet werden kann aktuell. Und da hängt es meines Erachtens noch sehr. Ich würde da noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen oder eher die Frage rumdrehen und Sie an Herrn Breyer geben. Welche Anforderungen wären denn dann irgendwie halt nötig, damit die Daten ausreichend sicher sind und man einigermaßen als Patientin die Kontrolle drüber behalten kann? Also was wäre nötig an Anforderungen eigentlich? Ja, wir werden uns zum Beispiel dafür stark machen, dass die Zertifizierung der Systeme und das ist ja nicht so, dass es sozusagen ein EU-zentraler Datenraum sein soll, sondern da sollen dann eben Systeme auf mitgliedsstaatlicher Ebene zusammengeschlossen, zusammengeschaltet werden. Wir werden uns dafür stark machen, dass eine verpflichtende Zertifizierung von diesen Systemkomponenten vorgesehen wird, denn bisher in dem Entwurf ist es gar nicht vorgesehen, dass wirklich die Sicherheit auch verpflichtend geprüft werden muss, bevor solche Produkte in diesem europäischen Gesundheitsdatenraum zum Einsatz kommen. Das ist, denke ich, ein ganz wesentliches Merkmal, aber wie gesagt, ich bestehe auch darauf, dass der Patient selber das Recht haben sollte, auch zu sagen, ich will gar nicht, dass meine Daten in diesem Raum gelangen, denn wie viele Leute fordern wirklich eine Kopierer-Patienten-Akte an? Das passiert selten und wer hat sich schon mal im EU-Ausland behandeln lassen? Klar, es kann mal passieren, aber es wird für ganz viele Menschen einfach nicht relevant sein, die Vorteile und dann kommen doch eher die Risiken zu tragen. Das muss letzten Endes jeder selbst beurteilen. Das hängt auch von der eigenen Lebenssituation ab. Ich erinnere mich daran, als wir damals gegen die Vorratsdatenspeicherung auf die Straße gegangen sind, haben wir auch eine Umfrage gestartet und Menschen gefragt, wird es einen Einfluss auf euer Verhalten haben, wenn jetzt künftig eure Verbindungen auf Vorrat gespeichert werden? Und da haben tatsächlich Leute berichtet, sie rufen jetzt nicht mehr bei bestimmten Ärzten an, weil sie sich Sorgen machen, dass das nicht sicher erst in die falschen Hände geraten könnte. Das mögen wir vielleicht jetzt als übertrieben ansehen, aber je nach der persönlichen Situation und Notlage von Menschen kann das weitreichende Auswirkungen haben, wenn das Gefühl nicht mehr da ist, man hat wirklich die Kontrolle. Ja, absolut. Und natürlich auch alles, was vielleicht nicht vorstellbar ist in eigenem Alltag, ist natürlich bei anderen Menschen einfach akute Realität. Sehr nachvollziehbar. Herr Schaar, haben Sie da noch was zu ergänzen? Was für Anforderungen so notwendig wären? Nun, das ist ja schon sozusagen im Fließtext angesprochen worden, aber klar ist, das Ganze muss transparent sein. Das heißt, ich als Betroffener muss überhaupt verstehen können, was da geschieht, wer möglicherweise auf meine Daten zugreifen will und ich muss letztlich auch darüber entscheiden können, sei das nun im Wege des Opt-out oder Opt-in. Das sind sicherlich die wesentlichen Punkte. Dazu kommt IT-Sicherheit, dazu kommt das Ganze dann sozusagen über Zertifikate beziehungsweise Datenschutz-Siegel abzusichern. Das ist sicher auch eine richtige Idee. Darüber hinaus muss man dann, glaube ich, aber auch noch mal weitergehen. Man muss auch gewährleisten, dass hier eben keine Vorratsdatenspeicherung stattfindet, sondern dass die Daten nur anlassbezogen in diesen Datenraum fließen. Und zum Thema Forschung würde ich sagen, wenn man sich mal den Vorschlag anschaut, welche Daten im Rahmen des Gesundheitsdatenraums mitgliedstaatsübergreifend verfügbar gemacht werden sollen, dann muss man sagen, das ist ja ein ganz rudimentärer Datensatz. Dann kann man sagen, einerseits ist das datenschutzrechtlich ja ganz gut, dass dieser Datensatz nicht so gewaltig ist, aber man fragt sich dann manchmal, ob dieser Datensatz, der standardmäßig für Forschungszwecke dann erforderlich ist, der entspricht im Wesentlichen dem sogenannten Notfalldatensatz in Deutschland. Also da sind wirklich sozusagen harte Informationen über den Patienten drin, Allergien, chronische Krankheiten und so etwas. Das ist auch hochsensibel, aber inwieweit sind diese Informationen tatsächlich für die Forschungszwecke so erkenntnisbringend. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal nur ein paar Monate zurückdenkt, als Corona ja noch ein großes politisches Thema war, im Augenblick sind wir ja eher bei der Aufarbeitung, da muss man sagen, da hätte man für die Corona-Forschung wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Honig draus saugen können. Also das heißt, für valide, übergreifende wissenschaftliche Erkenntnisse ist es im Grunde zu wenig und im Hinblick auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist es vielleicht schon zu viel, was dort zur Verfügung gestellt wird. Also wie man mit diesem Konflikt umgeht, das ist schon ein Balanceakt und das ist ziemlich schwierig und ich kann das noch nicht so genau sehen, wie man bis Ende Juni, das ist ja der Plan, das Ganze gesetzgeberisch in trockene Tücher bringen kann. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat ja betont, dass das eines der Schwerpunktthemen ihrer Präsidentschaft ist. Die Vorstellung ist offensichtlich vorhanden, dass man das sehr schnell über die Bühne bringt. Ein Nebenaspekt dabei ist ja, dass auch die nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament nicht so fern sind und dass alles, was, sage ich mal, so in das Wahljahr hineinragt und bis dahin abgeräumt wurde, doch Gefahr läuft, der sogenannten Diskontidualität anheimzufallen und dann im Prinzip wieder neu aufgesetzt werden muss. Durch das neu gewählte Parlament, durch die neu gewählte Kommission, auch die wird ja jetzt, die hat ja auch nur eine Restzeit, die jetzt nicht mehr so sehr groß ist. Ja, sehr interessante Aspekte. Gleichzeitig tatsächlich schon die Frage angesprochen, die ich gerade stellen wollte. Es klingt ja jetzt sehr viel und auch wirklich höchst interessant, wie wenig Vorteile es eigentlich scheinbar liefert. Inwiefern wird da eigentlich argumentiert mit Vorteilen oder welche Vorteile ergeben sich trotzdem eigentlich noch daraus, wenn man die Daten hätte? Herr Langen, wofür gibt es da noch Vorteile? Na ja, also es wurde ja schon angesprochen, dass vermutlich aus diesen Daten man für die Corona-Versorgung nicht hätte viel ziehen können. Wenn man sich jetzt überlegt, wie es in Israel lief und überlegt, was bei uns jetzt im Nachgang reflektiert wird, was nötig war und was nicht nötig war, ist mein Eindruck, wenn man jetzt tagesaktueller die Inzidenzen in den Intensivstationen gehabt hätte, hätte man auch nicht anders gesteuert. Die Präventionspolitik hätte die gleichen Fehler gemacht bei den Kindern, auch mit genaueren Zahlen. Also was will ich damit sagen? Das, was wir an Gesundheitsberichterstattung und an Versorgungsforschung haben, liefert eigentlich schon ein breites Maß an Daten für die Steuerung des Systems. Was wir an spezifischen Daten brauchen für die Verbesserung von einzelnen Interventionen oder von Diagnosen. Das ist eine Forschung, die sehr dezidiert und, wie soll man sagen, geplant erfolgen muss. Die kann man nicht an großen Datensätzen machen. Ich hätte eher auch sozusagen das Bedenken, das im nächsten Schritt dann auch gesagt hätte, naja, mit diesem Notfalldatensatz können wir ja nicht viel machen. Wir brauchen eigentlich sehr viel mehr. Also ich habe in Erinnerung, dass am Vorabend des Treffens der Landesdatenschutzbeauftragten gab es ja so eine Diskussion. Da war eine Dame mit am Podium, Bundesverdienstkreuzträgerin, die gesagt hat, das ist doch völlig unsinnig, die Zwecke bestimmen zu wollen. Wir wissen doch gar nicht, was wir an Gentherapie zukünftig zur Verfügung haben. Und dann haben wir die Daten nicht erhoben und haben sozusagen einzelne Parameter nicht gemessen oder nicht gespeichert, nur weil sozusagen das damals im Forschungszweck noch nicht erkennbar war. Die hat dafür plädiert, Forschungszwecke gänzlich wegzulassen und alles zu speichern, weil das ja sozusagen eigentlich im Sinne des Nutzens für die Bevölkerung im Allgemeinen wäre. Und dieses, wie soll man sagen, übergreifende Idee des Datenzugriffs, ohne schon eine konkrete Nutzenidee zu haben, die finde ich sehr erschreckend. Und meines Erachtens ist Forschung und der Eingriff in Daten nur dann legitimiert, wenn man auch einen Nutzen belegen kann. Der kann auch kollektiv sein, aber er muss belegt sein. Und da, finde ich, müsste eigentlich mehr, müssen die Kriterien für die Forschungszwecke klarer sein. Im Moment ist es ja so, dass die Datenschutzbeauftragten ja darüber bestimmen. Wir müssen ja befragt werden und da müsste die Rolle eigentlich sehr viel stärker in eine Beratung gehen und in eine Konkretisierung, was wirklich gebraucht wird und eine Konzentration auf die sinnvollen Sachen und nicht möglichst viel bereit zu haben und möglichst vielen zu geben, weil das ist dann die Entwicklung, die meines Erachtens dann stattfindet. Also genauso wie noch nie ein Gesetz abgeschafft wurde, sind auch immer Strukturen weiterentwickelt worden. Und das ist jetzt der erste Schritt. Wobei man sagen muss, natürlich ist Forschung immer in die Zukunft gerichtet und ein bisschen ist schon was dran, dass man die Forschungszwecke zum Zeitpunkt der Entstehung von Daten manchmal nicht wirklich vollständig beschreiben kann. Denken wir mal an die Krebsforschung. Also das ist ja so ein typisches Beispiel, das ist immer wieder auch auftaucht. Wir haben mittlerweile auch krebsregister, die vernetzt sind, wo man versucht, neue Faktoren zu finden, die zum Entstehen dieser schrecklichen Krankheit beitragen. Und wenn man erst dann die Daten erhebt, das ist halt dann manchmal so ein bisschen dann auch kurzschlüssig, wenn man weiß, wonach man sucht, dann das ist für aus wissenschaftlicher Sicht häufig unbefriedigend. Andererseits ist es aber auch absolut richtig, dass man fragt, worin liegt wissenschaftliche Nutzen von bestimmten Daten, vor allem, wenn man auf der anderen Seite gar keine Vorstellung hat, wie die Forschung in Zukunft gestaltet werden kann. Vielfach ist es so, dass man gerade in der Gesundheitsforschung auch alternative Ansätze findet. Also zum Beispiel die Entstehungsfaktoren, die zu einer Krankheit beitragen, sozusagen durch eine auch nachträgliche Erhebung von Daten dann auch herausfindet, indem man durchaus bei denjenigen, die erkrankt sind, im Vergleich zu denen, die nicht erkrankt sind, dann feststellt, wo sind dann da Unterschiede mit entsprechenden Studien. Es muss ja nicht alles immer ein vollständiger Datensatz der kompletten Bevölkerung sein. Also da sind, insofern ist das ein schwieriges Kapitel, wobei es dann da auch sehr stark darauf ankommt, zu gewährleisten, dass die Anonymisierung von personenbezogenen Daten in einem möglichst grünen Stadium stattfindet und damit das Risiko eines Missbrauchs verringert wird. Manchmal reicht Pseudonymisierung nicht aus, gerade wenn es um Langzeitbeobachtungen geht, um Langzeitstudien, nicht um Querschnittsanalysen, da kann es dann um Pseudonymisierung gehen. Aber in vielen Fällen reichen auch anonyme Daten aus und dann bei wirklich anonymen Daten ist dann das Missbrauchsrisiko doch sehr deutlich reduziert. Hebt sich da wieder das Wort? Gleich dazu, wenn es anonymisiert ist, wäre es ja okay, aber die Forderungen der Dame gingen noch weiter. Die hat nämlich genau auf das Argument, das sie angestoßen haben, nochmal reagiert und hat gesagt, man müsse ja die Leute vielleicht später auch nochmal befragen können, wenn man neue Erkenntnisse hatte. Deswegen wäre Pseudonymisierung eigentlich auch nicht, auch viel zu viel. Und dass die Krebsforschung 30 Jahre wenig Ergebnisse gebracht hat, lag sicherlich nicht daran, dass sie nicht genug Daten gesammelt hat. Also man sollte schon, also die, das Erkenntnisgewinnung und schwieriger Prozesse ist klar und dass man im Nachhinein manchmal schlauer ist auch, aber trotzdem muss man systematisch die, an den Datensätzen arbeiten und die Selektivitätsdimensionen betrachten. Im Nachhinein kann man sozusagen auch vieles Falsches finden, also was jetzt Blutdruckwerte betrifft oder Ähnliches, wenn man bestimmte Sachen außer Acht lässt und Faktoren, die da mit hineinspielen, nicht erhoben hat oder nicht mit berücksichtigt, soziale Schicht etc. So, ich gebe gerne erst mal Patrick Breyer das Wort, der sich hier fleißig gemeldet hat. Ja, zunächst mal wollte ich nochmal sagen, dass die Diskussion, die wir hier heute haben, eine völlig andere ist als fast alle Diskussionen, die ich bisher zu diesem Thema geführt habe auf europäischer Ebene. Also da werden quasi fast nur die Vorteile gesehen und wie wichtig das ist und es gab, glaube ich, nur ein Gespräch, wo es irgendwie ähnlich kritisch gesehen wurde, selbst in einer Runde mit den europäischen Datenschutzbeauftragten und den Datenschutzbeauftragten aus mehreren europäischen Staaten, Deutschland war nicht dabei, war die Diskussion eine andere. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Vorteile, die man sich für die Forschung erhofft, dass ich schon glaube, dass das große Vorteile hätte. Da beklagen sich eben Forscher, sie müssten mit Daten aus anderen Staaten arbeiten, die keinen Datenschutz haben und das wäre doch viel besser. Winfried Kretschmann sagte mir Anfang der Woche, das sei ein Datenimperialismus, den wir hier betreiben, weil wir uns auf dem hohen Datenschutzniveau ausruhen und dann eben in anderen Staaten forschen, die das nicht haben. Ich sehe das natürlich völlig anders, dass nicht, dass ein Wettlauf nach unten das Ziel sein kann. Aber das ist die Diskussion, die da geführt wird. Und was ich glaube, daran berechtigt ist, an den Erwartungen und Hoffnungen ist, man verspricht sich davon eine Standardisierung. Das heißt, es soll tatsächlich so sein, dass eben die Behandlungsinformationen irgendwie strukturiert und standardisiert werden, um überhaupt sie nutzbar machen zu können. Sogenannte Interoperabilität ist da das Ziel. Und gerade wenn es darum geht, wir wollen auch Daten anonymisiert und aggregiert, das heißt zusammengefasst und das ist wirklich ein ziemlich sicheres Verfahren, verfügbar machen für die Forschung, dann ist das natürlich Voraussetzung dafür, eine solche Strukturierung dahin zu bekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, also da teile ich auch die Meinung von, die jetzt glaube ich Peter Schalke geäußert hat, in vielen Fällen kommt man mit anonymisierten Daten weiter für Forschungszwecke. Oft ist es auch so, ich brauche gar nicht alle Daten, sondern es reicht mir ein repräsentatives Sample. Und bisher traditionell arbeitet man ja auch auf der Grundlage von Einwilligung, wie das auch, wie gesagt, auch medizinischer Standard ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch digital unterstützen könnte, zum Beispiel Leute um Einwilligung zu bitten, dass man eben sagt, ohne jetzt Daten rauszugeben, bittet man bestimmte Menschen, die geeignet sind für wichtige Forschung im öffentlichen Interesse und so weiter, bittet man die eben gezielt, könnten sie sich vorstellen, hier mitzumachen. Ich glaube, da könnte man durchaus einiges erleichtern. Man könnte auch zum Beispiel Thema Datenaltruismus oder teilweise wird das auch genannt Broad Consent, also breite Einwilligung. Man könnte auch daran denken, durchaus Patienten zu erlauben, zu sagen, ich möchte generell für bestimmte Arten von Studien durchaus einwilligen, dass meine Daten dann auch pseudonymisiert dafür genutzt werden. Da ist dann wieder das Thema Einwilligungsmanagement, wie genau kann ich das ausgestalten und auswählen. Das ist übrigens in der DSGVU schon vorgesehen. Genau, es ist schon vorgesehen, aber die Datenschutzbehörden sind ja immer sehr zurückhaltend und sagen, sie waren davor nur unter engen Voraussetzungen, aber im Grunde genommen ist es da schon angelegt gewesen, diese Idee und das könnte man hier nutzbar machen oder nutzbarer machen, um, denke ich, auch den Forschenden da entgegenzukommen an der Stelle, denn die Ziele sind ja durchaus wichtig, die Medizin voranzubringen. Da haben uns dann auch die Leute von der Arzneimittelbehörde erzählt, wie wichtig es wäre, jetzt seltenere Nebenwirkungen auch irgendwie feststellen zu können und ob das jetzt im Einzelnen stimmt, ich bin jetzt kein Fachmann, aber dass das Vorteile haben kann, das glaube ich schon. Die Frage ist halt nur, wie setzt man es um und wie gewährleistet man das auch den Patienten, die den Patienten die Hoheit über ihre Daten erhalten. Ich habe eine Umfrage gesehen vom Eurobarometer, also EU-weit, wo etwa ein Drittel der Patientinnen und Patienten gesagt hat, sie würden ihre Daten für Forschungszwecke zur Verfügung stellen. Ein weiteres Drittel hat gesagt, dass im Notfall, im Ausnahmefall, ja zum Beispiel Pandemie, wären sie dazu bereit und ein Drittel ungefähr hat aber auch gesagt, sie möchten das nicht. Und da finde ich, muss man eben auch den unterschiedlichen Willen auch ein Stück weit respektieren und darf da nicht eins absolut setzen, ein Ziel, auch wenn es ein wichtiges ist. Da wir vorhin schon so ein bisschen auch schon in die Richtung gegangen sind, Nutzung für Forschung, Nutzung für wissenschaftliche Zwecke, vielleicht eben auch Industrie, wie es ja teilweise vorgesehen ist, was für Nutzungsbegrenzungen sollte man eigentlich so konkret wie möglich, bestenfalls natürlich, aber vielleicht auch nur im Anwendungsfall dann letztlich. Welche Nutzungsbegrenzungen sollte es eigentlich dafür geben? Herr Langen, haben Sie da eine Meinung zu? Es kommt auf die Datenstruktur an, also im Prinzip, wenn sie anonymisiert sind, kann man eigentlich darüber nachdenken, dass es keine Nutzungsbegrenzung braucht. Ansonsten, wenn sie nicht anonymisiert sind, stellt sich die Frage, ob der Nutzen sozusagen den Eingriff rechtfertigt und ob eine entsprechende Zustimmung dann auch vorliegt oder nötig ist, um den Eingriff zu rechtfertigen. Also, was dabei jeweils auch mit noch zu bedenken ist, ist sozusagen ein potenzieller Schaden, der entstehen kann. und von daher bin ich nicht so ganz sicher, ob sozusagen der Nutzen insgesamt einen hohen Vorteil hat. Im individuellen Fall immer und das, also immer dann, wenn man sich positiv dafür entscheidet, hat man natürlich den Nutzen vor Augen. Der kollektive Nutzen muss meines Erachtens auch belegt werden in Abwägung von Schaden und in Abwägung von anderen milderen Mitteln, um den selben Zweck zu erreichen. Und da sehe ich sozusagen beim Forschungsthema eigentlich nicht viel gute Argumente, weil wir haben ja auch Open Science-Strukturen und Forschungsgruppen, die gemeinsam an Daten, großen Datensätzen arbeiten. Also das gibt es alles längst. Und für die Versorgung kann ich mir vorstellen, dass es durchaus einen großen Nutzen haben kann, wenn Daten zusammengeführt werden und wenn Behandler voneinander wissen. Aber über den individuellen Nutzen entscheidet der Patient selber, genauso wie er entscheidet, ob er viel Alkohol trinkt oder sich gesund ernährt und bewegt oder auch nicht. Also an der Stelle finde ich, hat der Staat nicht die Berechtigung sozusagen den kollektiven Nutzen dann für den Einzelnen festzulegen. Ich denke, man sollte auch noch stärker den technischen Aspekt berücksichtigen. Also das ganze Thema Privacy by Design, das ist ja ein Dauerbrenner in der Datenschutz-Diskussion schon seit fast 20 Jahren. Wo man aber wo sozusagen in der Praxis hohe Defizite bestehen. Und gerade wenn es um die Verfügbarkeit von Daten für Forschungszwecke geht, ist da noch vieles möglich, viel mehr möglich, als bisher geschehen ist. Und gerade wenn hier von Pseudonymen die Rede ist und von Anonymisierung, dann kommt es doch schon auf die konkreten Verfahren an und für welche Zwecke diese Pseudonymisierung beispielsweise dann herhalten muss. Verfahren, die sehr sicher sind, wo es ein riesiger Aufwand wäre, diese Daten doch wieder den einzelnen Personen unautorisiert zuzuordnen. Und auf der anderen Seite gibt es Verfahren, wo sozusagen das einzige Pseudonymisierungsmittel darin besteht, dass man sozusagen die Identifikationsdaten und die inhaltlichen Daten in zwei Dateien führt. Das ist nun eine sehr schwache Pseudonymisierung, die dann stattfindet, aber Wortlaut nach ist es auch Pseudonym. Das heißt, man sollte noch mal ganz genau hinschauen, wie das geschehen soll. Und gerade bei der medizinischen Forschung steht letztlich ja nicht die einzelne Person im Mittelpunkt, wenn es um große Projekte geht, sondern tatsächlich die große Zahl von Datensätzen, die auf diese Art und Weise neue Erkenntnisse generieren sollen, im Sinne auch der Nutzung von KI-Systemen. Aber gerade wenn es darum geht, muss gewährleistet sein, dass der Rückweg dann eben nicht möglich ist. Und das bedeutet auch, dass sozusagen die Zeit gegebenenfalls ermöglicht werden muss, ohne sozusagen den Rückweg auf den einzelnen Patienten sehr leicht zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der dabei eine Rolle spielt und der gegebenenfalls auch in einer Verordnung selbst oder in einer umsetzenden Rechtsakt, also einem Delegatsakt dann zu gewährleisten wäre. Ja, Patrick Breyer, ähnlich in der Einschätzung, vor allem vielleicht, wenn man jetzt, ich habe es vielleicht zu sehr Erforschung abgestellt, gerade wenn man noch den potenziellen Bereich von Behörden und Industrie mit reinbezieht. Ist da immer noch, wenn es anonymisiert ist, alles okay oder sollte es da doch besser Nutzungsbegrenzungen geben? Ja, ich würde sagen, wenn das anonymisiert und aggregiert ist, dann können das statistische Informationen sein, die eben auch mal für die Politik dann von Interesse sein können, dass bestimmte Sachen unter bestimmten Voraussetzungen irgendwie gehäuft auftreten, kann zum Pandemie-Management und so weiter wichtig sein, also ich könnte mir das vorstellen, aber wie Peter Schaar schon sagte, es ist an dieser Stelle tatsächlich weder Opt-in noch Opt-out gefordert, also der Entwurf ist weit davon entfernt, bei den personenbezogenen Daten irgendeine Kontrolle zu geben, das ist, glaube ich, der eigentliche Streitpunkt wird das sein, ich habe jetzt schon gehört, dass die Berichterstatter von den Konservativen, die wollen wohl nur ein Opt-out Widerspruchsrecht einführen und da werden wir, denke ich, noch viele Diskussionen führen, denn wie soll das in der Praxis aussehen, wenn ich das erstens wissen muss und zweitens dann noch irgendwie einen Brief formulieren muss oder mich irgendwo einloggen muss, das ist für viele eine Hürde, die nicht überwindbar ist und wir wissen auch aus der Praxis zum Unterschied zwischen Opt-in- und Opt-out Verfahren, dass vom Opt-out halt nur ein winziger Bruchteil Gebrauch macht, während bei Opt-in ist es andersrum, dass viele sich dazu nicht entschließen und wenn man die Menschen befragt, wollen sie es oder wollen sie es nicht, ergibt sich oftmals ein Wert dann dazwischen, also ich finde, man muss zumindest dafür sorgen, dass die Personen aufgeklärt werden und gefragt werden, um seine echte Wahl auch treffen zu können, eine informierte Entscheidung auch treffen zu können. Also ich würde, mir wäre durchaus, ich könnte mich durchaus mit dem Opt-in, Opt-out auch anfreunden, wenn auf der anderen Seite eine Anonymisierung beziehungsweise Pseudonymisierung, eine sehr starke Pseudonymisierung, die den Rückweg verbaut, dann auch gewährleistet ist. Das heißt, und bezogen auf diesen relativ kleinen Datensatz, der da vorgesehen ist, allerdings auch nur bezogen auf die Verwendung der Daten für Forschungszwecke, richtig ist dieses Argument, dass das natürlich Opt-in oder Opt-out schon darüber entscheidet, wie viel Personen ihre Daten freigeben beziehungsweise der Datennutzung widersprechen, aber ich persönlich finde das jetzt nicht, das Datenschutzes möglichst wenig Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Das wäre, glaube ich, eine verfehlte Vorstellung. Insofern würde ich da mich ein Stück weit anders positionieren, als das Patrick Breyer vorgesehen hat. So, ich würde noch nicht den ganz letzten Punkt, sondern die letzte Frage in dieser Runde eingeben. Ich sehe schon, dass hier viele sich ab und an melden und gerne auch nochmal entweder bestenfalls Fragen stellen wollen in der Runde. Bevor wir dazu kommen, eine Sache noch, weil es gerade auch nochmal angesprochen wurde. Wenn es ja, sagen wir mal, worst case, es kommt und man bräuchte quasi eine Widerspruchslösung oder man müsste widersprechen, wie schafft man es überhaupt, das so breit in die Welt zu tragen quasi? Also wie ist es möglich, dass man die PatientInnen und Patienten da eigentlich dementsprechend mitnimmt, dass man halt wirklich ihnen das mitteilen kann? Wie kann man damit umgehen, dass die meisten ja auch gar nicht wissen, was eigentlich jetzt alles da über sie gespeichert ist, was da alles ist, wie schafft man es und jetzt auch wirklich gerne aus ihren verschiedenen Perspektiven da eigentlich dann darauf aufmerksam zu machen? Wir könnten gerne mit Herrn Schabe gehen, wenn Sie möchten. Ja, also worst case ist übrigens nicht Opt-out, sondern wie bisher vorgesehen im Entwurf, weder Opt-in noch Opt-out, sondern zur Verfügungstellung. So ist es vorgesehen und selbst Opt-out ist schon ein gewaltiger Fortschritt, wenn man das erreicht. Und dann stellt sich die Frage der Handhabbarkeit. Eine Vertreterin der schwedischen Ratspräsidentschaft hat kürzlich auf einer Veranstaltung, die ich moderieren durfte, gesagt, in Schweden habe man so die Vorstellung, das so einfach zu machen, wie das, wie den Kauf eines U-Bahn-Tickets. Also das ist sozusagen von der Zielvorstellung richtig durchaus sympathisch, aber sie hat das dann leider nicht unterfüllt durch sozusagen komplette Ansätze. Also im Grunde genommen ist der Anspruch völlig berechtigt zu sagen, also es muss wirklich einfachst möglich sein für jeden, für jeden Patienten, für jede Patientin, dann diese, diesen eigenen Willen auch auszudrücken, ohne da jetzt erst mal riesige technische Umwege zu gehen oder wahnsinnig viel an Papierkram zu erledigen. Das wäre aus meiner Sicht sicher nicht der richtige Weg. Okay, Herr Langen, wie sollte man dann damit umgehen mit den Patientinnen? Ja, also wir haben ja eher sowieso die Position, dass wir eigentlich sagen, die psychischen Gesundheitsdaten sollten erst mal draußen bleiben, weil sie hochsensibel sind und auch wenn sie denn abfließen, noch zu anderen Zwecken verwendet werden. Man könnte das auch noch ausweiten darauf, dass es auch bei schwerwiegenden chronischen Erkrankungen, die beispielsweise Teilhabechancen am Arbeitsmarkt oder was jetzt Lebens- oder Rentenversicherungen betrifft, Nachteile mit sich bringen, wenn es weiter streut, dass das auch zu sensible Daten sind, als dass man die in einem pseudonymisierten Kontext hineingeben sollte. Also da kommt jetzt der nächste Punkt. Wir würden ja eher sagen, dass Anonymisierung die strenge Regel sein muss, in Pseudonymisierung dann die starke, eine extreme Ausnahme unter bestimmten Beispielbedingungen. Das ist jetzt noch nicht gewährleistet. Insofern würden wir versuchen, die Klienten zu ermuntern, dann in Deutschland ein Opt-out für die EPA zu machen, weil das der einzige Weg ist, sozusagen den Abfluss auf die europäische Ebene zu verhindern. Das hat dann unter Umständen dann wieder potenzielle eigene Nachteile. Also das Problem ist ja, dass in dem Maße, wo man sich den digitalen Strukturen entzieht, man natürlich auch Potenziale nicht nutzen kann und gegebenenfalls auch abgehängt wird, genauso wie man auf dem Bahnsteig ohne Smartphone nicht mehr die Wagenreihung sehen kann, wird man zukünftig vielleicht die ein oder andere Behandlung oder Zusatzgeschichte nicht mehr nutzen können. Das wird schwierig sein, Klienten oder Patienten in diesem Zwiespalt sozusagen zu helfen, ihre Entscheidung zu finden, weil letztlich ist das dann oft dann etwas, wo man aus Bequemlichkeit dann die Daten draufgibt und ich fürchte, dass das im Gesundheitsbereich unter Umständen dann auch so nach und nach eintreten könnte und dass die Bemühungen dann der Gesundheitsfachberufe da Aufklärung zu leisten, dann auch strukturell ein bisschen scheitern, sei es am Zeitbudget, das man zur Verfügung hat, sei es aber auch sozusagen an den Kompetenzen, die man dafür braucht. Ich will sagen, im Grunde genommen, es war ja mal im Gespräch, dass die Krankenkassen da auch einen Aufklärungsauftrag haben, das, was der Bundesrat in dem Zusammenhang angesprochen hat, dass die Digitalkompetenz der Bürger in dem Zusammenhang gestärkt werden müsste, wenn man das einführe, das ist eigentlich ein zentraler Punkt und das ist eigentlich die Voraussetzung, bevor man es einführt, kann ich irgendwie sagen, naja, im Juli rufen ja dann mal die Volkshochschulen an, die sollen mal Gas geben, damit die Bürger dann das besser überblicken, also das ist, an der Stelle gibt es eine Lücke, die auch sozusagen dann in direkten Kontakt nur begrenzt geschlossen werden kann. Ja, Herr Breyer, als Abschluss noch hinten dran. Ja, wenn ich hier so zuhöre, Herr Lang, müsste man ja eigentlich erfordern, eben auch selektiv entscheiden zu können. Ich bin vielleicht Benutzer der elektronischen Patientenakte im Regelfall, aber jetzt meine Psychotherapie, meine Schwangerschaftsabbruch, was weiß ich, die soll jetzt aber nicht da rein. Also da, das nehme ich jetzt gerne nochmal mit. Das ist Nürnberg, die deutsche Rechtslage, das ist im SGB V so festgeschrieben bisher. Ja, bei uns ist das so, aber ich frage mich, ob in dem europäischen Entwurf das eigentlich so machbar ist, dass man überhaupt aus sowas komplett aussteigen oder das ablehnen kann. Aus meiner Sicht ist es jetzt noch nicht so vorgesehen. Das Einzige, was wirklich drinsteht, ist, man kann den Zugriff durch andere Behandler einschränken, das steht drin, aber dass man komplett sich da raushalten ziehen kann, sehe ich eigentlich gar nicht so. Ja, wobei man sagen muss, das bezieht sich nur auf diese sogenannte Patienten-Kurzakte, also diesen, was ich schon mit Notfalldatensatz umschrieben habe, im Wesentlichen, das ist nur ganz marginal darüber hinaus, inwieweit da zum Beispiel psychische Erkrankungen auch mit erfasst sind, das weiß ich nicht. Das müssen wir nochmal genauer anschauen. Dann gibt es noch ein Hausaufgabenauftrag für alle. Ich würde an dieser Stelle mal einen kleinen Punkt machen. Ich danke erstmal sehr, sehr doll für die spannenden Beiträge und natürlich auch Anregungen in die verschiedenen Richtungen rund um die Probleme und Herausforderungen um den europäischen Gesundheitsdatenraum und natürlich auch die konkreten Vorhaben der EU-Kommission. Ich würde an der Stelle einmal die Menschen, die gerade aufnehmen, bitten, die Aufnahme zu stoppen.